Das war's. 2019 nähert sich dem Ende. Und ich wollte einfach mal Danke sagen hier bei die Autotester an euch, an alle die, die jeden Tag zuschauen, die immer wieder unsere Videos liken und die immer mehr werden. Aber natürlich sage ich auch Danke an all meine Partner, meine Kunden, denn ohne die hätte ich keine Möglichkeit von meinem Geschäft zu leben und euch immer mit den neuesten Videos zu versorgen. Und ganz wichtig, ein großes, großes Danke an mein Team, denn ohne mein Team würde ich nichts von dem schaffen, was wir bisher die letzten Jahre auf die Beine stellen konnten. Das Jahr 2020, das nähert sich wirklich mit großen Schritten und 2020 wird ein sehr spannendes Jahr. Denn was man jetzt schon sehen kann, ist, dass das Thema Elektromobilität und alternative Antriebe, alternative Mobilitätslösung ein Riesenthema wird. Das heißt, hier nehmen wir richtig Fahrt auf und ich freue mich jetzt schon auf die ersten Fahrberichte im nächsten Jahr, denn wir haben alleine schon, ich glaube, vier oder fünf elektrische Testwagen bestellt. Ich habe jetzt schon Einladungen für Fahrtermine zum Thema Elektromobilität. Aber los geht das Ganze erst mal am 5. Januar in Las Vegas bei der CES wie eigentlich jedes Jahr. Und in diesem Sinne ein frohes und vor allen Dingen besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben und einen ganz schön sicheren und vor allen Dingen fröhlichen Rutsch ins neue Jahr. Amen. 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 Vielen Dank.